Die Börse bricht ein und alle Aktien verlieren an Wert. Alle Aktien? Nein! Es gibt auch Ausnahmen und eines davon ist das derzeit wertvollste Unternehmen an der Börse. Lohnt es sich dann noch, bei Apple einzusteigen? Doch zuerst der Risikohinweis. Ich mache hier keine Anlageberatung, sondern es geht hier nur um meine persönliche Meinung. Wenn du Geld in Aktien investierst, kannst du Geld gewinnen, aber auch verlieren. Es ist dein Geld und du allein trägst das Risiko. Für die Richtigkeit der hier genannten Zahlen kann ich keine Gewähr übernehmen. Erkundige dich selbst nochmal, bevor du die Aktie kaufst. Apple schafft es derzeit, seinen Aktienkurs steigen zu lassen. Dies ist aber nicht nur derzeit so, sondern war auch schon in den letzten Jahren so. Ein Blick auf die Performance der letzten Jahre zeigt uns folgende Entwicklung. Hättest du die Aktie ja vor 5 Jahren in dein Depot gelegt, könntest du dich über eine Performance von 369% freuen. Aber auch die kürzeren Zeiträume sehen sehr gut aus. Selbst in den letzten 12 Monaten lag die Performance noch bei fast 24%. Da die Produktion der Geräte wie dem iPhone in China aufgrund von Corona-Lockdowns in Stocken geraten ist, wurde die Produktion laut einem Medienbericht nach Indien verlegt, wo die Produktion Ende Oktober beginnen soll. Vor kurzem brachte Apple das neue iPhone heraus, welches im Vergleich zum Vorgängermodell zwar nur leicht verändert wurde, aber vermutlich erneut ein Verkaufshitz werden sollte. Immerhin rechnen Analysten mit 245 Millionen verkauften iPhones in diesem Geschäftsjahr. Laut Gerüchten sollte Apple am Anfang des nächsten Jahres 2023 den Zutritt zum Metaverse ermöglichen, indem sie eine VR-Brille auf den Markt bringen. Sollte dies so sein, und wir kennen die Apple-Fans, kann ich mir gut vorstellen, dass dieses Produkt auch ein Verkaufsrenner wird. Apple gehört auch zu den Unternehmen, welche eine Dividende ausschütten. Viermal im Jahr können sich Aktionäre über eine Ausschüttung freuen. Die Auszahlungsmonate sind der Februar, Mai, August und November. Seit neun Jahren wurde die Dividendenzahlung jedes Jahr erhöht. In den letzten fünf Jahren betrug die durchschnittliche Erhöhung etwas über 8%. In den letzten Jahren lag die Dividendenrendite bei unter einem Prozent. Damit ist Apple zwar keine Dividendenperle, aber durch die Kursgewinne kommt schon eine ordentliche Vermögenssteigerung zusammen. Für die Zukunft schätze ich Apple weiterhin als zuverlässiges Unternehmen ein, und auf lange Sicht werden wohl auch weitere Kursgewinne drin sitzen. Daher sollte meiner Meinung nach die Aktie von Apple in einem Depot nicht fehlen. Fehlt es dir an Geld, musst du deinen Gürtel enger schnallen? Möchtest du endlich besser leben? Möchtest du lieber ein fettes Auto haben und in einer Luxusvilla leben? Dann abonniere schnell kostenlos unseren Kanal der Finanzshow. Danach sind deine Taschen zwar immer noch leer, aber vielleicht haben wir den richtigen Aktientipp für dich. Wenn du Raucher bist oder andere Raucher mal gesehen hast, dann ist dir bestimmt schon einmal aufgefallen, wie das Geld förmlich verbrennt. Als Nichtraucher sieht man nur das Geld verbrennen, aber als Raucher bekommt man auch eine Gegenleistung wie Geschmack, Spaß und Nikotin. Ob diese Gegenleistungen wirklich ausreichen, möchte ich hier gar nicht beurteilen, denn ich möchte in diesem Video nur über Aktien reden und nicht über das Rauchen und die möglichen Folgen. Aber auch bei der Tabakaktie von Imperial Brands wurde das Geld verbrannt, zumindest wenn man sich die letzten 5 Jahre anschaut. In den letzten 5 Jahren hatte die Aktie von Imperial Brands eine negative Performance von 40%. In den kürzeren Zeitraum hatte sich der Aktienkurs verbessert. Doch warum ging der Kurs so weit runter und kann sich die Aktie in den nächsten Monaten weiter verbessern? Imperial Brands hatte sich mit Akquisitionen verkalkuliert und musste einen großen Aufwand betreiben, um wieder zur alten Schlerke zurückzufinden. Das Unternehmen hatte Marken verkauft, Kosten gesenkt und konnte so auch seine Schulden reduzieren. Zigarettenmarken wie GPS, Gouloir und Winston befinden sich aber noch im Portfolio von Imperial Brands. Die derzeitige Inflation könnte dem Unternehmen nicht viel anhaben, da eine Erhöhung der Tabakpreise von den Endverbrauchern akzeptiert werden. Vermutlich liegt das daran, dass die Preiserhöhungen gewohnt sind oder es liegt einfach an der Sucht zum Nikotin, dass die Kunden die höheren Preise zahlen. Wie dem auch sei, die Inflation kann Imperial Brands derzeit nicht viel anhaben. Auch im Bereich der E-Zigarette ist das Unternehmen mit der Marke Blue aktiv, auch wenn dieser Bereich derzeit nur Verluste einfährt. Etwa 100 Millionen Pfund werden das in diesem Jahr sein, damit die Marke sich langfristig in allen Märkten etablieren kann. Diese Verluste werden jedoch durch die Gewinne der anderen Sparten locker aufgefangen und im ersten Halbjahr könnten sogar die Unternehmensschulden um 1,2 Milliarden Pfund gesenkt werden. Wenn Imperial Brands in Zukunft weniger für Blue ausgeben muss und die Schulden weiterhin reduziert werden, bleibt am Ende ein höherer Gewinn, welcher auch der Dividende zugute kommt. Und bei der Dividende haben wir ordentliche Zahlungen. Insgesamt viermal im Jahr beglückt Imperial Brands seine Aktionäre mit einer Zahlung. Diese ist aber nicht konstant, sondern zwei niedrige Zahlungen folgen zwei höheren Zahlungen. Insgesamt bekommen die Aktionäre eine Dividendenrendite von etwa 7 bis 8 Prozent und in Zukunft ist mit einer Steigerung der Zahlung zu rechnen. Der Aktienkurs hat meiner Meinung nach noch ein Potenzial bis 27 Euro. Langfristige Anleger können neben der Dividende also auch noch gute Kursgewinne mitnehmen. Ich denke, dass die Aktie von Imperial Brand bei einem mittleren Risiko gut in dein Depot passen könnte, wenn du kein Problem damit hast, womit das Unternehmen sein Geld verdient. Das war's mit dieser Ausgabe der Finanzschau. Mit diesem Button kannst du noch diesen Kanal abonnieren. Und hier sind noch weitere Videos von uns. Bis dahin, ciao!